Beim Closed Kinetic Chain Upper Extremity Test, dem sogenannten CKCU-Test, nimmst du eine Liegestützposition ein. Die Hände sind auf Höhe der Schultergelenke zwischen zwei Linien. Die Linien sind 90 cm auseinander. Beine und Füße sind geschlossen. Die Körperhaltung ist gestreckt und es darf kein Hochkreuz gemacht werden. Nun greifst du, so schnell es geht, wechselseitig mit den Fingerspitzen über die Linie. Dabei ist deine Stützhand neben der jeweiligen Linie. Während der Übung darf kein Körperteil abgelegt werden.